UNION Berlin ist sexy geworden. So ändern sich die Zeiten gerade in Berlin. Der Westen trauert. Der Osten freut sich. Eine Bereicherung für die Bundesliga. Ich bin schon ein Fan von UNION Berlin, so wie sie Fußball spielen als Mannschaft. Wir haben kein Leben mehr. Kein Leben. Wir können uns ja auch hier freuen. Gestern Abend haben wir wieder für die ganze Woche menschenbindig gemacht. Geht los! Attacke! Das Schönste ist, wenn du fertig bist mit allem und egal welches Stadion, du gehst runter und unsere ersten Fans sind da. Freitag los! Freitag los! Jeder hat zu mir gesagt, in der Liga werde ich es sehr, sehr schwer haben. Es wird aber auch irgendwann wieder schlechtere Phasen geben. Dass wir auch hinter der Mannschaft stehen, wenn es auch mal bergab geht, das können wir seit drei Jahren gar nicht mehr beweisen. Ich bin einfach dafür, dass wir gewinnen. Dann ist alles gut. Wenn ich die rechtzeitig kenne, kann ich so einkuscheln. Königslaster! Es gibt keinen Grund für schlechte Laune. Reisein! Reisein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017